Herzlich Willkommen bei Generation Zero. Mein Name ist Christian Acher3000 und ich begrüße euch bei einem kleinen Infovideo. Es geht darum, das Spiel erscheint heute, also wir haben heute 0 Uhr 10 Grad, am 26.03. ist der offizielle Release. Ich habe das Spiel schon seit dem 23.03. Ich habe auch schon 6 Stunden Videomaterial hochgeladen. Und ab dem 26.03. oder den 27.03. wird es eine große Co-Op Session geben. Ich hoffe nicht nur eine, sondern auch mehrere. Unter anderem ist dabei, Japan war 1942, dann, wenn ich hoffentlich den Namen richtig ausspreche, Shirox TV ist auch am Start und meine Wenigkeit Christian Acher3000. Und ja, wie gesagt, am 26.03. oder am 27.03. werden wir mit den Co-Op Live Session per Livestream starten. Und ich würde mich sehr freuen auf euren Support, wie zum Beispiel auch da sein, falls ihr das schaffen solltet, weil wir werden erst ab 23 Uhr erst Livestream, weil ich und Japan war 1942 Spätschicht haben. Und deswegen wird leider der Content oder der Livestream erst abends starten. Wie gesagt, auch in dem Begriff halt Support liken, kommentieren. Wie gesagt, euer Support ist uns wichtig. Und ihr seid dafür mitverantwortlich in dem Sinne, ob wir weitermachen, ob wir mehr Material rausbringen. Wir versuchen so gut wie möglich, gut Content zu bringen, gut mit viel Spaß mit reinzubringen. Viel Unterhaltung und viel Action halt und gutes Zusammenspielen hoffe ich mal. Falls das alles gegeben ist, würde ich mich freuen, wenn ihr auch uns ein bisschen unterstützen tut. Wie gesagt, auch mit Likes sowie auch Kommentaren. Ihr könnt auch gerne auch Fragen stellen, die ich versuche so gut wie möglich zu beantworten als Kommentar oder als im nächsten Video. Ja, wie gesagt, das war es eigentlich. Wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr alle am Start seid, auch dabei seid und uns unterstützen könnt. Hängt halt alles wirklich auch von euch drauf ab, wie lange der Content dann da auch bestehen bleibt halt. Ich habe hier schon mehrere Contents eigentlich schon laufen, aber da gewisse Nachfrage nie gewährleistet war, wurde da leider auch abgestellt. Und es wäre jetzt auch wieder schade drum, weil das Spiel auch wieder eigentlich ganz neu ist. Wäre das schade, wenn ihr einfach uns nicht ein bisschen auch unterstützen würdet. So, wie gesagt, euer Support ist uns wichtig und somit war es das erstmal. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid oder auch nachträglich das Video anschaut, sowie auch ein Like hinterlässt und auch das Video teilen wollt oder weiterleiten könnt. Wie gesagt, wir versuchen halt so gut wie möglich Spaß mitzubringen und auf gute Unterhaltung zu sorgen. Ja, das war es eigentlich. Ich verabschiede mich hiermit. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen Abend oder heute Abend schon. Wir müssen erstmal gucken, wann die anderen beiden das gekauft haben, weil darum hängt das ja davon ab jetzt. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid, dabei seid oder dann nachträglich das Video noch anschauen könnt. Wie gesagt, seid dabei und hoffentlich können wir eine gute gemeinsame Zeit zusammen verbringen und somit verabschiede ich mich. Das war es erstmal für den kleinen Infovideos von Generation Zero, Co-op Action halt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid dann alle am Start. Haut rein und immer dran denken, Support ist kein Mod. Eure Unterstützung zählt. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Ciao.